So eifersüchtig bist du doch überhaupt nicht. Weißt du, da kannst du dich ja gleich trennen. Was soll denn das? Was soll denn das? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Ich erfülle deine Wünsche.